Hallo liebe Radiohörer, mein Name ist Anita Roth und ich möchte die neue Letterfrau werden. Doch erstmal werde ich euch Dinge aufzählen, warum ihr für mich stimmen sollt. Ich bin selbstbewusst, ich bin spontan, lebensfreudig, sehe gut aus und es macht einfach Spaß mir zuzusehen. Deswegen Leute, brauche ich eure Stimme. Votet für mich und ich werde euch zeigen, wie Letter ich sein kann. Ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst. Ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst.